Ja Leute, was geht? Und heute spielen wir auf dem Gormeserver Skywars mit dem Kanikenkit, dass ich alle runterknocken kann auf der Map. Das ist übrigens meine Lieblingsmap, Summertime. Also von Solo halt. Also ich feiere die Map, also ganz ehrlich, die finde ich mega nice. Und heute geht's um Twitter. Nämlich habe ich jetzt endlich Twitter, also hab's auch nur wegen Tanzverbot Spaß. Aber Tanzverbot feiert es ja Ultra und muss zugeben, Alter, ich feiere es auch, weil es ist echt, ich feiere es einfach Ultra, es ist mega nice. Oh, den überraschen wir mal, wartet schnell. So, den. Ja, den. Den stamm wieder noch ab, oder? Hier. Boah, der war nice und stuff hatte der. Der sich halt direkt in Gold anfühlt. Hä? 3 Level kann man noch gebrauchen. Ja. Der war auch kein Niko, ne? Ja. 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 Den habe ich auch. Ja. 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 Hab ich zwei Kaninchen und Pfoten OP. Mach ich mir schnell einen Diahelm. Boah, wie viel Crap, ne? Mein Twitter Name ist, ähm, halt Simon Strich SLP, aber, ähm, halt, was ihr eingeben müsst, ist, at Simon SLP 4. Genau so muss ich das eingeben, da komme ich halt. Ich habe ein ähnliches Profilbild wie mein YouTube Profilbild und dann, ne? Könnt ihr das, auf jeden Fall, äh, euch gönnen, ne? Ich werde auch übelst aktiv sein, Leute. Wirklich übelst aktiv. Weil, äh, natürlich, weil ich halt am Handy habe ich immer Zeit, so am PC nicht. Und ja, ne? Also, ich meine, auch wenn ich lernen muss für die Schule und so, also Handy hat man ja immer bei sich. Da kann ich immer Sachen posten. Ah, Epic Energy Blog, Alter. Ha, immer so random Sachen passen mir in den Aufnahmen. Das ist immer wieder cool, finde ich nice. Da ist das auch ein bisschen interessanter für euch, aber, Darüber geht's ja nicht. Und auf Twitter, wie gesagt, werde ich verdammt aktiv sein. Also, wirklich, werde da mehrere Sachen in Stunden posten, so nicht wie auf YouTube hier. Und da erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über mich halt, weil, ich sag jetzt auch nicht so alles in YouTube über mich. Vielleicht vielleicht in Twitter schon nicht mein Adresse für mich oder so oder meine Nummer. Aber, auf jeden Fall keine Ahnung. Ich hab die mehr Einblicke im Privatleben ein bisschen, ne? Da werden auch Sachen über meine Katze kommen oder so oder was ich koche halt. Ich weiß nicht, ich weiß halt, wenn man Vater nicht zu Hause ist, koche ich immer. Ja, ne? Zu Glück habe ich Kochschule, weil, darum kann ich halt jetzt so gut wie alles kochen, was es gibt. Ich bin der beste Sky Wars Spieler der Welt. Ich möchte von allen guten Geisten verlassen. So Leute, sind wir wieder auf Summertime in der zweiten Runde, weil ich so gut bin, ne? Ja, man kennt ihn. So. Äh, und ja, ich werde halt verdammt aktiv sein. Ich habe es jetzt zum tausendsten Mal oder so gesagt. Ja, und wer ihr auch das holen wollt und auch minderjährig seid, also nur wegen mir das holen wollt, dann fragt ihr auf jeden Fall eure Eltern, weil ich glaube, es ist erst ab 16. Auf meinem WhatsApp ist glaube ich auch erst ab 16, also habe ich gehört. Und ja, das ist jetzt eh der Zwölfjährige. Wow, das war seine letzte Hoffnung. Der macht sich glaube ich so ein Schwert, ne? Wow, das geht. Wow, in der Luft noch zerfetzt. Schade, ich will den Staff also bekommen, ne? Das ist auch der Nachteil, wenn die Leute hier runterfahren, dass ich den Staff nicht bekommen. Ah, der Leder ist ja perfekt. Und ja, ich spiele jetzt mal die Runde zu Ende auf jeden Fall. Und ja, der Skype, ne? Ich kriege ja wirklich auch eine Community aufbauen. Und für Twitch kommt auch noch ein Video. Ich habe einen Twitch-Account gemacht, wo ich auch streamen werde. Nicht so regelmäßig eigentlich, ganz ehrlich gesagt. Ich dachte so zwei oder drei. Ja, einfach dreimal in der Woche. Das kommt schon gut hin auf jeden Fall. Und der Paluten ist ein bisschen, ja, eingebildet. Da können wir ihn direkt hier runter knocken. Ja. Ja, sorry, ne? Ah, das könnte ich sagen, vor ein paar Jahren halt. Auf jeden Fall war es das schon mit dem Video. Habt ihr den Twitter-Namen erfahren? Ich weiß nicht. Ich glaube, habe ich immer Twitter gesagt. Ich hoffe, ich habe es immer Twitter gesagt. Weil es ist Twitter. Und ja, ne?